Und jetzt kommt der Tauntkill. Nein! Okay, jetzt aber. Komm schon. Ja, 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 ja! Tauntkill, der Dream! Da ist ein Pyro. Und hier ist eine Pyroland Weapons Case. Das bedeutet... Ich muss mir ganz viele Gies kaufen. Wir spielen heute Multiplayer. Aber nicht ganz normal, sondern wir spielen mit Random Servern. Wie ihr sehen könnt, Any Server Host, Any Server Players. Response Zeiten sind egal. Ich glaube, ich werde auf einen Premium Server kommen. Aber lassen wir uns mal überraschen. Play now. Jetzt werden erst mal die Server gesucht. Das kann ein bisschen dauern. 509. Der Typ ist voll happy. Hallo. Ich werde ihn ein bisschen nerven. Okay, ab ins Spiel. Es reicht. Das war eine nette Konversation mit dem Sniper. Aber es zählt ja das Spiel. Wir müssen... Wir müssen ja gewinnen. Es sah gerade so aus, als ob alle da unten gewesen wären. Gut, der Sniper ist abgehauen. Da sind drei Sniper unten. Und der Medic halt nur den einen Heavy. Okay. Einfach ein bisschen reinschießen. Es ist das voll. Man darf spawnen campen, oder? Es ist erlaubt. Da war der Lucky Crit. Es gibt Lucky Crits. Okay, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Weil im Public kriegt man immer schön Lucky Crits. Das ist schon. Ihr macht Kills. Es wäre noch super, wenn der Medic irgendwie so einen Crits-Krieg hätte oder so. Oh mein Gott! Was war das denn? Okay, deswegen ist das wohl witzig. Deswegen ist das wohl witzig. Oh, da war ein Schwibs. Da war ein kleiner Schwibs. Und jetzt laufen alle zurück. Und deswegen werden... Naja, mal gucken. Autsch. Autsch. Schaffe ich es abzuhauen? Schaffe ich? Oh, ich bin voll schnell. Ich habe High Speed. Oh mein Gott. Medic. Okay, hi. Ich habe kein Ammo mehr. Ich bin Ammo los. Äh. Da war ein Schwibs. Okay, ich wurde angesnipert. Aber bei dieser Map braucht man eine ganz bestimmte Waffe. Und zwar den Festive Buff Banner. Der Buff Banner wird dieses ganze gegnerische Team töten. Wenn die jetzt nicht capturen. Okay. Dann ein neuer Plan. Einfach verteidigen. Ich habe die Befürchtung, dass dieser Deadwinger Spy jetzt backcappen möchte. Aber es ist nicht der Fall. Es ist nämlich hier. Er ist hier. Oh, Pyro. Hallo. Wo ist unser Team? Für die Leute, die es nicht wissen. Hier gibt es einen kleinen Trick, wenn man... Wenn man keinen Rocketjob machen möchte. Äh. Und nicht den Chat öffnen. Auf jeden Fall nicht den Chat öffnen. Das ist alles wegen dem Server. Jetzt habe ich den... Jetzt habe ich den... Rocket verkackt. Ich muss erstmal abhauen. Medic kommt schon. Danke. Im Chat steht... Wow, meine... Meine Chat-Nachricht war Hammer. Au. Okay. Okay, das ist Sentry. Wir wissen Bescheid. Wir sind der Sneaky Frenchman mit dem Butterfliegenmesser. Und... Der Enten-Uhr. Mä. Mä. Und ich laufe in die Gegner rein. Okay. So, wir sind... Wir sind immer noch ein Butterfliegen-Spy. Und genau dann kommt ein Pyro. So. Und vielleicht können wir ja... Eine... Eine Sentry-Gun zappen. Nein, Demo, geh weg. Äh, Pyro. Hallo. So, wir zappen einmal noch. Und ich hau mal ganz kurz ab, weil ich den Zapp hier ein bisschen verkackt habe. Medic. Dieser Heavy schießt 24-7. Mit seiner Mini-Gun an diesem Dispenser. Und der Medic... Der Medic pocket ihn trotzdem. Ich weiß echt nicht, was der da macht. Der sollte mir geheilt werden. Hehehe. 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 W plus am 1. Das ist natürlich die beste Taktik. Das weiß doch jeder. Und jetzt kommt der Townkill. Und jetzt kommt der Townkill. Nein. Okay, jetzt aber. Komm schon. Ja, ja, ja. Ja! Townkill! Der Dream! Ich finde das so witzig. Oh, tut mir leid, Scowl. Tut mir so sorry. Oh Gott, der arme Heavy. So, und gleich wieder der Dream. The Dream! The Dream! Und jetzt! Warum kommt da keiner? Moment. Wir müssen erst so Konga tanzen. Damit wir sehen können, wenn jemand kommt. Oh, falsche Richtung. Oh. Yeah! Hehehe. Der Zufallserver war PL Borneo. Mal sehen, was wir hier so schaffen können. Ich erwarte nichts. Es ist ein Zufallserver. Es ist immer noch Cici... Äh, äh... Hallo? Äh... Heavy? Heavy is dead. Es ist immer noch, äh... Cici... Z... DZG Gaming. Ich hab keine Ahnung. Ihr wisst, was ich mein. Scout? Okay. Und... Ja, wir brauchen erstmal Medikit. Dankeschön. Und... Dann gucken wir mal, was hier ab so abgeht. Ich hab keine Ahnung. Ich spiel bisschen Soldier. Hi. 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 Stirb. Dankeschön. Aber die haben den Mini-Centry. Und das ist das Schlimmste von allen. Mit 46 AP. Ich seh sie nicht. Wo ist sie? Da oben. Oh, fuck. Ich bin hier voll... Oh, Gott. Äh... Hilfe. Hallo, Heavy. Heavy. Du bist tot. So ein bisschen das Caption, also. Oh, Gott. Nein. Nein. Hilfe. Da kommt schon der nächste Heavy, wisst ihr. Also, irgendwie wird's langsam Zeit für den Buff. Oh, genau in die Crit reingelaufen. I love it. Da bin ich. Da bin ich. Da war ich. Medic. Pow, pow, pow. Alles explodiert hier. Okay, damit hab ich nicht gerechnet. Medic. Medic, kannst mich heilen. Dankeschön. Danke. Ich hab's ja alle getötet. Und dieser Pirate hätte jetzt irgendwie fast alle stehlen können. Wow, okay. Nice. Werden alle zerstört hier. Das ganze gegnerische Team. Nee. Was macht dieser Typ da? So, hier ist irgendwo eine Sentry. Ich seh da auf jeden Fall, oh, mein Dispenser. Muss ich mal ganz kurz mal zerstören. Dann weiß er nie. Dann weiß er nie. Jetzt kommt da, jetzt kommt da ein Sniper auf mich zu. Jetzt wird's jetzt besonders gefährlich. Ist sogar ein bisschen gefährlich geworden. Ich hab noch 79 AP. Aber jetzt zeh ich mir ganz kurz die Medikit hier. Jetzt kommt der Buff. Warten wir ganz kurz. Wie die Eddies da hochgeflogen sind. Es sah herrlich aus. Es sah richtig herrlich aus. What the fuck. Was ist hier los? Wow. Dieser Soldier. Okay, danke. Danke, ist gut. Wir laufen grad irgendwelche Leute einfach rein. Ich glaub, das ist jetzt schon der zweite gewesen, der mir reingelaufen ist, der Pyro. Wir müssen nur noch Caption. Aber keiner macht's. Wollen die Frags noch? Die wollen die Frags. Einer muss Caption, komm. Komm. Wird noch so geschafft. So. Gutes Spiel, Leute. Das waren so wirklich die Randoms, die ich je gefunden hab. Es waren dreimal dieselben. Das hab ich rausgeschnitten. Aber es war ein cooles Spiel. Wir sehen uns dann bei einem neuen Video. Ciao. Was. Wollen. 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 Vielen Dank.